Hallo wieder zu, ein neuer Star und im nächsten Spiel gegen... Hier die Aufstellung Musca, äh, Muscuero, äh, Muscuera, wieder im Spiel In der Nordpart suche ich Äh, Mist, mal versuchen... Na ja, 2000, wie geil... So, dann wollen wir mal... Muslegen... Pass auf Ludwig zuerst... Eifelt... Ah, Eifelt heute zum Startgang... Oh, 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 oh... Ludwig hier mit einem Pfeffershemm... Der Ex-Sharkar ist im Spiel auch... Und da war er auch gerade am Ball... Und... Ludwig passt wieder falsch... Oh... Paul von Hansen und Sani... Oh, das gibt gelbe Karte... Irgendwie mal... Oh... Na ja... Wache, Pflanze, na ja... Burgstahner... Stramboli... Hochland... Gut verteidigt... Ja... Eifelt... Hochland... Schlossi... Eifelt... Ah... Schon gemacht hier... Lusinia... Putz... Bastions... Balfett... Ah... Sahne klaut hier... Ludwig den Ball... Geiss... Sanne... Geiss... Queen... Eifelt... 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 Ups... Pass auf... Sam... Schön gespielt... Eifelt... Ludwig... Versuch hier... Mit dem Schuss... Aber... Ein Füßchen... War dazwischen... Schön... Zum... Gestoppt worden... Hier... Wurz... Eifelt... Ludwig... Mit dem... Eifelt... 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 Schadijuri... Abgedrängt... Geb... Mült... Mült... Um... All right... Ah!... Mist... Son... Um... und sie passt gut auf mit dem weiten pass versuch auf strampoli wird gestoppt aber der haus wurde nix nutz sind last nach dem pass ja schön gemacht ich war auch der hundertste 2 kam der hundertste nur urkstalla da bekamen sie den ball hier nicht aus der gefahrenzüge schöner pass auf sam und putz mit dem kopfball der hat dann nebengegend aber ein guter angriff vier zumindest sind die ziel so stramboli auch nicht das teilen war das dann für ein pass Ludwig hier wieder negativ aufgefallen Klasse 2 kam Sam Oh, Ludwig wird nicht bestraft und die Aktion mit Sani Sam und zwar stört hier etwas zu sehr und ich muss mir die Abschirmtaste drücken ich weiß Oh, schöner Schuss hier vom Urz ich durfte den Bein nicht annehmen sonst wäre es abseits geworden Sani Geiss Urkstaller Schlossi ist schön Heisfeld auch gut Ludwig auch gut und da testen wir Nöbel Halbzeit trifft 0-0 Gute Leistung eigentlich Oh ja Ein Däumchen runter Stürger gut Eisfeld Ups 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 Oh ja 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 Acha Serti man Anzarin das schütt schwa sani schlechtes teilen geist mut Silla Eisfeld Eisfeld Stambuli kina auf zun lucilla eisfeld ja bleibt auch von abseits netz gab geist im spiel lusina der nido hochland als welt und den zu wirbt sich hier in den schuss und grusel schön auf stöter und da habe ich den falschen knopf und was gibt es abschlag auch gegen alles wird Ach ne, was machst du denn da für eine Aktion, ey? Rutscht da da. So lässt du nicht sehen. Oh, schöne Flanke hier, aber die er nicht reinnetzen kann. Mist noch. Stöger, Burgstaller, Guretzka, der Ex-Bochuma hier am Ball. Und Shani, Guretzka, Burgstaller, Soares. Und ein Bevor, äh nein. Sané. Zwarzer Zweikampf, Burgstaller. Schönen auf Stöger. Leute, was macht die denn da? Schönen auf Stöger. Schönen auf Stöger. Schönen auf Stöger. Oh, Mann. Oh, Mann. Ein Buch. Schönen auf Stöger, Burgstaller, Torwart Held. Stöger. fachant gut son und der torwart kann halten als ist und steuer »Schlotzai« »Sane« »Queen« »Meier« »Enchua« »Shöp« »Enchua« Und nochmal Ecke Kurz vor Ende Nur Null Naja Aber Europa weit weg Dabei waren wir schon lange vorne So 20 Das erste Training ist 1, 3, 5, 7, 9 Äh, Rondo 2, 4, 6, 8 10 2, 4, 6 Dribbling Szenario 3, 4, 8 Schutzwinkel Abschluss hinterdruckt Stopp Bleib stehen Pass Pass Vollgeschrittene Flunken Und es ist Level Up A, C, 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 A, äh, B 82er Spiel mal jetzt Zentrale Spiel gegen Leverkusen Hier die Aufstellung Luppig steuern Luppig steuern Anzufangen Bänder Äh, Sven Bänder Schön auf Stülker gepasst Bastian Zueres Fakt Rakuric Rakuric die flanke und da genau richtig mit dem kopf dran 1 0 bochum nach sechs minuten baumgatlinger zwemmbänder eisfeld ströger woods eisfeld lucina woods hoch sah wenn man die russwort das war ein gefährlicher handgriff hier aber gut verteidigt oh nein da ist das der ausgleich durch trakowitsch trakowitsch wundert mich nicht ecke abgewährt und dann fast selber reingepoxt ein gut also mutig bin der rada schlechtes timing vom katina benetrada lutherland ludwig bekommt den ball und das lässt sich nicht niemand etwa verzögert und dann ecke ausgesucht dabei und drehen ist er 2 1 durch ludwig sechzehnte minute auf der schlack abbaus hier das bänder ist auch weiter auch nicht halte die position ein pass jans pass jans ah penetra die wachsort war recht als fett Luzina So, hey, Wutz Alles fett Auf Ludwig Und das geht in die Ecke Stöger Und es geht Nochmal Ecke Notfähig Ich glaube, die Arme Strem und Nein Ab mal und dann Gut Weiter Und Allzeit Gut Schellotti 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 was fort was stil vor vh was fort wenn die trage und ecke verursagt du es zu ich lecke im angst Da wird Lennow unter von Stöger angegangen. Lucilla, Eisfeld, Sam, ah, da konnte ich den Ball nicht verarbeiten. Eisfeld, Vatians, Zwei, Einwurf, Leverkusen, Zaha, Zaha, auch Piszczek, Woods, Bastians, Halbzeit, Zwei, Eins, Bochum. Oh, trotz der gute Bemutung, viel Rot. Oh, wow, da war er nicht gut. Penetrada. Oh, wow, wow. Alswert, Wutz, Alswert, Ludwig. Oh, da konnte ich keinen Druck aufbauen bei dem Schuss. Oh, Bombkartlinger. Spätischung. England. Achmedhi, Zaha. Schöner Futz. Und drin ist der Ball. Vorlage durch Ludwig. 3 zu 1. Schöner, wir sehen, dass er eine freie Bahn hat. Ryan Watts. Baum, Baumgartlinger. Oh, da war er nicht gut. Rashford. Benetrada. Mehmedy. Cruise. Glock. Herzschuss. Jimlazzi. ... Bill. Benetrada. Zwei. Oh, 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 oh. Baumgartlinger. Brinkte bei mich. allein vom Tor seint Unter, Bailey für Saha im Spiel Einwurz, Leber, Künzen, Lassbender auf Rushford Rushford auf Lassbender auf Baumgart, Lina auf Pennigab Pischcheck 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 Ich kann das Tor nicht machen ok leber kugeln wechselt oh mann eisfeld Schwache Pass-Ansage, naja. Noch ein Krimschick für... 2. 1. Einbruch Bochum Da war nichts Mit guter Versuch Das ist Schirmfärberei Sven Bender Oh, ich finde es Krimentschik Tarkovic Macht hier auch sein zweites Tor Dieser Torwart ist Kein wirklich guter Torwart Nur noch Eisfeld Bruce Piszczek Holt den Ball Oh, schade Rašor Dragoric Krimentschik Musker Musker Etten Butz Soares Patience Butz Loeschila Soares Seitumwechsel Was nicht klappte Leverkusen Leverkusen Am 3 Besitz Bruckland Sehr gefährlich Hier Zwera Ein wunderschöner Pass hier Auf Stöger Stöger Macht das 2-4 Nachher Ludwig Passt 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 Borum Gewinnt Dieses Spiel Bailey Oh Noch Eine Minute Nachspielzeit Abhube Rashford Macht nicht Das Tor Und Das Spiel ist zu Ende Bochum Gewinnt 2-4 Spieler des Tages Ja Viele Extra Pünktchen Gibt's Hier Und So Fast Wieder Leveled Up Und Sind Europas Spieler Etwas Näher Ran Ja Spieler Statistik Ludwig Deutlich Erster In der Jäger Tabelle Tor Vorlagen Nämlich Dritter Gegen Tor Kraft Ja Mit Kraft Waren wir noch Sicherheit Gelbe Karten Oh ja Drei Gegen Ja Rote Karten Tor Vorlagen Ja Wird nur noch Eine Tor 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 Merced So Dann wollen wir mal noch mal trainieren, vielleicht starten wir noch auf heute 20 Erweiterte Fmeter 24618 Absturz unter Druck 268 Tribbling Parcours Tor Vorlagen Und letztes Training Ist Flanken Grundloggen D C B C D Oh ja Na ja Alle Punkte erreicht Weiter Das nächste Spiel Gegen Den BVB Aber Wie Das Gemacht Wird Seht ihr das Nächste Mal Tschüss T T T T T T